Oh Anna, dein neuer Post auf Insta ist so toll. Oh mein Gott! Alles gut, vielen Dank. Oh, kann ich dich zum Essen einladen? Sehr gerne, bis nachher. Oh, das war ein schöner Abend. Ja, das finde ich auch so. Oh Henni, was machst du denn hier? Ich wollte dir unbedingt was sagen. Oh Mann, was ist denn los? Setz dich. Ich muss kurz einen Insta-Post liken. Sei ruhig und küss mich. Ich muss kurz einen Insta-Post.